Buongiorno tutti und willkommen zurück. Heute werden wir nochmals über die Pünktlichkeit in Deutsch reden. Ich habe herausgefunden, vielleicht kann es so sein, warum sind sie immer so pünktlich. Ich glaube, sie können nicht anders machen, weil solche Geräte, solche Geräte brauchen sie nicht. Es gibt ja so viele auf den Straßen, dass wirklich dieses Machen keinen Sinn. So, ich werde heute nach Hause laufen, ich meine zum Fuß gehen, weil laufen ist jetzt zu heiß und habe ich keine Lust. So, ich werde heute zu Hause zum Fuß gehen und euch zeigen, wie viele oben sind auf den Straßen. So, ich werde heute nach Hause laufen. So, ich werde heute nach Hause laufen. So, ich werde heute nach Hause laufen. Oh, in meiner Stadt, ich glaube, in der ganzen Stadt gibt es nicht so viele. So, ich habe keine Ahnung, was ihr für ein Problem habt. Leute, die sind nicht so wichtig, kann auch fünf Minuten spät kommen. Das war alles und sehen wir uns nächste Woche mit meinem neuen Video. Tschüss.